Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal bei der A&M. Ich heiße dich hier herzlich willkommen und heute mit einem sehr, sehr interessanten Thema, denn wenn du Handwerker bist und mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, dann ist dieses Video für dich, denn wir kümmern uns um die Frage, worauf musst du achten, wenn du dich selbstständig machen willst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, wenn du aktuell Handwerker bist und mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, das geht ja dem einen oder anderen so, dann muss man natürlich sehr, sehr viele Dinge beachten und wir wollen heute mal beleuchten, was man dabei beachten muss, denn wir beraten weit über 600 Handwerksbetriebe rund ums Haus und haben da einen ganz guten Einblick, was so die Erfolgsfaktoren sind, wenn es darum geht, einen Handwerksbetrieb erfolgreich zu führen. Und ja, vielleicht, Alex, kannst du mal anfangen mit den ersten Punkten. Ja, also man muss sich erst mal klar machen, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dann muss man halt viele Dinge auch machen, die man aktuell nicht machen muss. Das ist den meisten auch im Kopf bewusst, weil sie wollen es trotzdem nicht wahrhaben. Sie haben mal Buchhaltung, Rechnungen, Schreiben, Angebote machen, Aufträge reinholen. Das gehört alles mit dazu. Also viele lockt ja immer das Geld, weil die sagen, ja, guck mal, ich verdiene jetzt meine 20, 22, 23, 20, wenn du gut bist, 25 Euro die Stunde. Ja, da kann ich halt einen Stundensatz von 50 Euro abrechnen, direkt mal das doppelte Geld. Aber dazu kommt halt, du wirst viel weniger Zeit haben, um wirklich aktiv zu arbeiten, weil du die ganze Bürokratiesache nebenbei machen musst, die dir nicht bezahlt wird. Und du musst dich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen oder die jemanden holen, der dich da unterstützt. Also es ist auf jeden Fall eine Option, sich selbstständig zu machen. Man muss sich einfach klar machen, dass alles mitkommt. Wir haben oft genug auch Leute erlebt, die machen das 1, 2 Jahre, dann merken die, er ist viel zu stressig, viel zu viel Aufwand, dann zahlt man einen Kunden nicht oder so. Und davor hat man immer seinen Gehalt einfach im Konto gehabt, viel bequemer. Und die dann deswegen auch darauf verzichten, tatsächlich. Und dann sagen, ja, dann gehen wir wieder zurück. Ja, also im Endeffekt, um das Ganze mal so in Kategorien zu fassen, um dir mal so ein Bild zu geben, worum es eigentlich geht. Also im Endeffekt, das Ganze fängt ja damit an, dass du erst mal nach Kunden, also du brauchst erst mal Kunden. Genau. Das ist in den meisten Fällen am Anfang relativ einfach. Ja, und sobald man dann aber sozusagen die ersten Kunden aus seinem Netzwerk abgeschöpft hat, sage ich mal, dann wird es schwierig. Dann geht es eben darum, hat man, ja, liefert man natürlich erstens vernünftig ab, hat man eine gute Dienstleistung am Ende und wird man auch weiterempfohlen. Ja, und holt man auch das Geld rein, dann tatsächlich aufs Konto, was man erarbeitet hat. Kommt das Geld auch wirklich im Konto an. Ja. Genau, das ist so das erste Thema. Das zweite Thema ist natürlich, du musst dich auch dann um die Materialbeschaffung kümmern. Ja. Das ist natürlich auch ein riesiger Pain-Punkt aktuell. Aktuell kommst du auf Arbeit, das Zeug ist halt da. Ja, genau. Das ist eine schmackische Elfenhände. Ja, genau. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Das Thema Materialbeschaffung, da musst du dich dann auch drum kümmern. Du musst dich auch entsprechend mit Reklamationen auseinandersetzen. Das heißt, das sind ganz viele Punkte, die halt unterschätzt werden, dass du halt nicht einfach den ganzen Tag arbeiten kannst. Ja. Genau. Dann geht es natürlich weiter, sobald du merkst, dass du, ja, gute Kunden gewinnst, dass du gute Aufträge schreibst, dass das Geld auch reinkommt, dann bist du natürlich so an dem Punkt, wo man überlegt, ja, jetzt brauche ich Mitarbeiter. Jetzt brauche ich jemanden, der mich unterstützt, weil sonst wirst du merken, wenn du jetzt das Mädchen für alles bist, du kennst ja das Sprichwort selbstumständig, und das wird dann der Fall sein. Wenn du nämlich dann selber auf der Baustelle bist, selber die Angebote schreibst, selber mit Interessenten telefonierst, selber Reklamationen abwickelst, selber Bestellungen machst, selber Material beschaffst und so weiter, dann bist du das Mädchen für alles. Und das wird dir auch relativ schnell zum Verhängnis werden. Und das wird auch für deine Kunden nicht cool sein. Denn dann hat dein Kunde eine Nachfrage, du bist aber gerade auf Baustelle, kannst dementsprechend gerade nicht in die Akten reinschauen oder wie auch immer, und das ist dann auch keine coole Kundenerfahrung. Das heißt, um langfristig einen guten Service für seine Kunden zu bieten, ist unsere Überzeugung, dass du auf jeden Fall Mitarbeiter brauchst. Und in diesem Fall, ja, musst du dann natürlich auch dich darum kümmern, okay, wie komme ich jetzt an Leute, die mir bei meiner Arbeit helfen, die mich unterstützen. Und dabei hört es auch nicht auf, denn das eine ist natürlich erstmal die Leute zu finden und das zweite ist dann natürlich auch diese Leute zu führen. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass ja auch Leute, die neu im Handwerk sich selbstständig machen, da auch eben Schwierigkeiten haben, diese neuen Kollegen dann auch zu führen. Die haben hauptsächlich Probleme, die Verantwortung anzunehmen. Das ist so, was ich immer merke. Also wir haben sehr viele Partner, die wir betreuen, die auch gerade am Anfang stehen, da sind am Anfang standen, als wir das angefangen haben, die ersten drei, vier Monate Geschäft gemacht haben, gemerkt haben, hey, ich habe jetzt, wie du sagst, das Netzwerk abgearbeitet, habe jetzt meine ersten, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz gemacht, richtig cool. Aber jetzt brauche ich irgendwie mehr Kunden und es kommen irgendwie nicht mehr und ich möchte auch später mal Leute einstehen, ich werde nicht nur der Selbstständige immer sein. Und dann kommst du genau an diese Punkte ran und dann merkt man halt ganz oft, dann werden da ganz viele Dinge mit den Mitarbeitern besprochen, die gar nichts mit denen zu tun haben, einfach um sich eine andere Meinung einzuholen, wo man früher mit den Kollegen gesprochen hat. Das ist halt schon schwierig dann. Also ich sage mal, wir wollen jetzt nicht das Handeln, das Thema Selbstständigkeit. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wir haben uns ja auch irgendwo dafür entschieden, aber haben wir uns einfach die Dinge, die damit mitkommen, einfach in Kauf nehmen. Das sind viele Arbeitsstunden, viele Arbeitsstunden in der Nacht auch, die einfach nicht bezahlt werden. Das ist einfach dazugehört, das sind auch Kunden, mit denen du dich teilweise wirklich mal streiten musst, wo einfach das Geld nicht kommt, das sind Mitarbeiter, wo du teilweise auch mal jemanden entlassen musst, weil er seinen Job einfach nicht gut macht. Das sind alles Dinge, wo wir dir jetzt schon sagen können, das wird passieren, wenn du diesen Weg gehst. Du wirst auch nicht der erste Unternehmer auf der Welt sein, der da rumkommt. Das kommt alles einfach mit. Wenn du bereit bist, das einzugehen, wenn du bereit bist, dich auch immer weiterzubilden, immer hungrig zu bleiben, und dann jetzt nicht zu sagen, ja, ich mache das jetzt seit drei Monaten, ich kenne ja schon alles, weil dann wirst du auf jeden Fall hinfallen. Wenn du bereit bist, auch bereit bist, die Zeit mitzubringen, auch bereit bist, am Anfang weniger zu verdienen, als du vielleicht früher verdient hast in der Festanstellung. Und auch so wird es losgehen. So ging es bei uns genauso los. Wir haben die Hälfte verdient, als wir angefangen haben, die ersten zwei Jahre, bis es dann irgendwann mal in der Richtung ging, wo man wirklich mehr verdient hat. Dann viel free, dann startet das Ganze, dann spricht auch gar nichts dagegen. Man muss ja auch, sorry, Mensch, ich spreche, aber man muss ja noch eine Sache auch sagen. Wenn du jetzt als Handwerker, bei anderen berufen es sicherlich anders, also wenn du jetzt als Handwerker sagst, okay, ich probiere es mal aus, ein, zwei Mal selbstständig zu machen, und es klappt irgendwie nicht, dann wirst du auch wieder wo unterkommen. Das ist in anderen Berufen sicherlich anders, gerade jetzt, wenn man so auf die aktuelle Zeit schaut, wird es sicherlich für viele andere im Büro sind und so schwieriger werden. Aber als Handwerker wirst du unterkommen wieder. Also es ist jetzt nicht, dass dann dein Leben zu Ende ist, wenn es dann nicht klappt. Eine Sache hast du auf jeden Fall schon richtig gemacht. Du hast auf jeden Fall schon mal diesen Kanal hier entdeckt, und du solltest auf jeden Fall dem Kanal hier folgen, weil dann wirst du auch die ganzen anderen Themen, die eben auch für dich wichtig sind, wenn du dich jetzt selbstständig machen willst, verfolgen. Also schau dir auch gerne die anderen Videos an. Da wirst du auch zum Thema Kundengewinnung, zum Thema Mitarbeitergewinnung, zum Thema Führung, wie baut man eigentlich so einen Betrieb richtig auf, richtig coole Inhalte bekommen, die dir auch bei der Entscheidung eben helfen und dich dann da auch begleiten, dich selbstständig zu machen. In diesem Sinne, ich denke, das waren so einige Punkte, einige Impulse, auf die du achten musst. Wir können hier jetzt nicht in die Tiefe, in jedem Punkt ins Detail gehen. Dafür gibt es auch andere Videos hier auf dem Kanal. Wie gesagt, lass gerne hier ein Abo da, verfolg gerne diesen Kanal weiterhin. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg, auch bei dem Weg vielleicht in die Selbstständigkeit. Und wenn du da Fragen hast oder gerne mal auch unsere Meinung dazu hören möchtest, geh auch gerne mal auf unsere Webseite am-beratung.de, findest du hier unten auch unter dem Video. Dort können wir dich auch gerne mal beraten. Wenn du sagst, ich brauche direkt einige Kunden oder ich will direkt Mitarbeiter einstellen oder ich will erst mal eure Meinung dazu hören, dann setz dich gerne mit uns in Verbindung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dann sage ich bis zum nächsten Video und bis dann. Ciao. Ciao.